Dramatische Einleitung wird ausgeführt, die größten Hosen der Galaxies, die rettetlichsten Schocken, alle in einer hippischen Schlacht für die Ewigkeit. Sie versuchen nicht irgendwas Dummes. Du langweilst mich. Denkst du, du kannst mir standhalten? Mich verteidigen? Ich muss. Den Stirn. Meiner Rant ist gefahren. Es gibt keine Frieden. Bereit für Maul, wir sein müssen. Die beste Verteidigung ist ein schneller und entschlossener Ande. Geht auf. Falsch, Bro. Falsch, du Zeiss. Wir hatten von einem Jedi-Meister mehr erwartet. Aaaah. Falsch, Jules, dein Kind. ius expert ist. Irgendwo wird man Qui-Gon Jinn jetzt lachen. Irgendwas stimmt doch nicht. Ihr werdet den Kampf jetzt sofort einstellen. Das sind die Früchte des Verhauses. Sie verstecken sich! Ich glaube nicht. Eine traurige Entwicklung für Rey. Obi-Wan wird mich umbringen. Wunnerstag, einen Sieg. Ein Sieg. Die Schwung ist nämlich das Sieg. Die Schwung ist ein Sieg. Das war's für heute. Das war's für heute.